Schau, du Sau. Ja. Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Duellzeit. Wir essen heute Toast. Und zwar, wer als erstes, nicht wer als erstes, sondern wer am schnellsten diese Scheibe Toast ist. Wir haben eine Stoppo dabei und erst fang ich an und dann der Ted und wir gucken, wer es schnell zu machen. Peter legt wieder voll, finde ich gut. Sehr gut. Okay, Peter, dann, äh, ne, legt ihn mal bitte wieder ab, ablegen, genau. Warte, ich nehme ihn in der Hand. Ne, ne, ablegen. Also, das gehört mit dazu. Ja, also, dann sind wir, haben wir beide die gleichen Voraussetzungen. Alles klar. Dann sag ich mal, drei, zwei, eins, null. Schluck du sie auch. Kannst du das schon schlucken oder ist es zu trocken, hä? Ist ja trocken. Hätte ich nicht gedacht. Da das so trocken ist? Hm. Das ist echt. Was soll denn? Was soll denn sonst sein? Obwohl, da stand Buttertoast drauf. Da ist gar keine Butter drauf. Oh, oh. Guck mal, was schätzt du, wie viel Zeit ist rum? Spannend. Ne, schon 30 jetzt. Schneller. Also, du hast keine Chance gegen mich. Überhaupt keine. Harte. Guck mal, du labert so viel. Verschämmer Zeit. Hattest du nicht nach, ne? Kann man das auch? Ja. 40 Sekunden schon. Also, ich bin sowohl, äh, professionell als auch menschlich enttäuscht. Das hat noch nicht weggehalten. Und, Schafse? Na, na? Hast du alles weg? Sieh doch noch mal in der Wacke. Das sieht man noch. Warte. Eine Minute ist rum. Okay. Nicht schlecht. Also, ich hab noch Warte in den Zähnen. Aber alles ist weg. Also, eine Minute war schon. Genau, ich hab nur eine Sekunde zu spät gedrückt. Also, eine Minute war schon ziemlich genau. Ich hab vorgelegt, knapp eine Minute gebraucht. Und jetzt ist Fett dran. Lächerlich. Und zwar in drei, zwei, warte. Eins und go. Also, ich hab mal gespannt. Ich meine, Mundschlecken ist ja eine Sache. Aber du musst ja die auch runterschlucken. Und kauen. Und das Kauen fand ich am schwierigsten eigentlich. Du musst nicht so viel kauen. Einfach selbst trocken schlucken. Warte, du schluckst das schon? Mhm. Nein, nicht? Warte, ich darf dir die Uhr nicht zeigen. Das spornt dich nur an. Ich mach halt den am blösten. Ich glaub, dort mach ich mir jetzt so Kugel und ein Stück Adventschläge. Du wurdest ja. Warum? Du wurdest mit dran? Okay, aber ein bisschen muss noch. Meinst du, wie viel Zeit du da jetzt hast? Noch 20 Sekunden. Meinst du? Mhm. Na, ich sag jetzt nicht, wie viel Zeit der noch hat. Komm. Oh, quack, 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 quack. Hey, komm. Wurz, Speichelgrüßen, haut rein. Nein, nicht. Nicht, nicht, nicht schlucken. Hau ab. Nicht schlucken. Und, und? Und? Ja. Ah, ich bin drauf. Scheiße, drei Sekunden, ey. Krass. Er hat eine Minute vier und somit hab ich gewonnen. Oh Mann, hätt ich mal nicht den Verschlucker gehabt, ey. Der war zu trocken, scheiße. Sehr gut. Und ich dachte, ich soll nie so schnell, wie du gegessen hast, ey. Am Anfang, aber das geht, am Anfang geht's. Aber du müsstest auch mal versuchen. Ja, das geht auch, aber. Ja, scheiße, ey. Und ich hab genau gedrückt. Also eine Minute vier hat der Ted. Jawohl, da haben wir wieder gewonnen. So, ich würde sagen, da Ted so schön verloren hat, krieg ich auch die Bestrafung ab. Wählt einfach mal hier oben die Bestrafungen. Eine ist über Ted und eine über mich. Aber die krieg ich beide in der Ted ab. Also wählt weise. Nee, stimmt gar nicht ab. Da muss ich keine Bestrafung machen. Doch, doch. Nee. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten abonnieren. Oh Mann, ey. Ich bließe raus. Da braucht mir von dir nicht gefallen zu lassen, du Penner, ey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.